Diese eisige Kaltluft erreicht uns dann ab der nächsten Woche und das deutet auf eine sehr, sehr spannende Wetterlage jetzt vor allem ab der nächsten Woche hin. Mehr dazu in diesem Video, also bleibt dran und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter. Fangen wir aber jetzt erstmal an mit den Temperaturen in 2 Metern Höhe in Skandinavien. Und da sehen wir hier Schweden, Finnland, Norwegen und da hätten wir dann noch teilweise Temperaturen in 2 Metern Höhe von teilweise minus 30, minus 40 Grad. Also das ist doch ziemlich kalt und diese Kälte würde dann abgeschwächt zu uns kommen. Dazu hätten wir hier in diesen Regionen auch sehr, sehr viel Schnee. Teilweise hier Richtung Nordfinnland, Nordschweden, Norddänemark, Nordnorwegen hätten wir da doch teilweise Schneehöne bis zu einem Meter Schnee. Also das wäre doch sehr, sehr viel. Jetzt blicken wir als nächstes aber mal auf Deutschland. Schauen wir auf die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe vom Montag, den 8. Januar. Und dann hätten wir dann doch einen Kaltlüfteinbruch mit Temperaturen in 1.500 Metern Höhe von teilweise minus 5 bis minus 10 Grad. Teilweise noch unter minus 10 Grad an und in den Alpen. Und da blicken wir jetzt mal genau drauf, zoomen wir jetzt mal nach Deutschland rein. Und da sehen wir dann doch vor allem im Alpenraum Temperaturen in 1.500 Metern Höhe von minus 10 bis minus 12 Grad. Teilweise auch minus 13 Grad würden hier gemessen werden in 1.500 Metern Höhe so Richtung Bayerischer Wald. Und dazu würde es dann noch sehr, sehr kalt werden. Schauen wir uns die Temperaturen in 2 Metern Höhe an für den kommenden Dienstag in einer Woche. Und dann hätten wir dann doch verbreitet in Deutschland mit Dauerfrost zu tun von 0 bis minus 4, örtlich auch minus 5 Grad tagsüber. Und hier sehen wir doch gut in Süddeutschland. Und hier hätten wir dann doch teilweise Dauerfrost von teilweise minus 6, minus 7 Grad. Das war es aber noch nicht, denn das GFS-Modell, ja, das rechnet natürlich auch noch weiter. Rechnet folgende Wetterlage mit einer kalten Ostlage mit einem Tief auf dem Atlantik so Richtung Portugal und sehr, sehr viel Hochdruck Richtung Großbritannien. Und dann würde dann doch diese eisige Luft dann nach Deutschland geführt werden. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Ganze an, schauen wir uns die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe an. Und da sehen wir doch ganz gut, ja, da würde doch sehr, sehr eisige Luft zu uns nach Deutschland geführt werden. Und man sieht weiter Richtung Osten. Ja, hier wären noch deutlich, deutlich kältere Luftmassen zu finden in 1.500 Metern Höhe. Und jetzt zoomen wir mal nach Deutschland rein. Und bei uns in Deutschland hätten wir dann doch verbreitet Temperaturen in 1.500 Metern Höhe von teilweise minus 10 bis minus 15, 16, 17 oder 18 Grad. Also so eine Karte, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen mit diesen enormen Kältewellen sozusagen. Jetzt schauen wir dann auf die Temperaturen, auf die Temperaturen in der Nacht, die es dann geben würde. Und dann hätten wir dann doch sehr, sehr eisige Temperaturen in der Nacht. Von minus 12 Grad, ja, weiter abwärts, teilweise minus 20, minus 25 Grad. Vor allem über Schneeflächen würden dann gemessen werden. Also es deutet darauf alles hin, dass es dann auch eisige Nächte geben kann. Schauen wir auf die Temperaturabweichungen in 1.500 Metern Höhe. Und da sehen wir doch vor allem von Deutschland Richtung Ost, ja, deutlich zu kalte Temperaturen in 1.500 Metern Höhe. Von teilweise minus 10 bis minus 16 Grad. Ja, also 16 Grad zu kalt wäre es dann doch teilweise auch bis nach Deutschland. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe und die Niederschlags-Signale an. Fangen wir im Westen an. Da sehen wir hier diesen ersten Kaltlufteinbruch, so Richtung 7. bis 10. Januar. Und dann gehen die Temperaturen wieder hoch, was sich nicht am Boden widerspiegeln würde. Hier wäre es trotzdem kalt, also eine typische Inversionswetterlage. Und dann würden die Temperaturen wieder bergab gehen in 1.500 Metern Höhe. Und der Hauptlauf des GFS-Metals berechnet auch teilweise Temperaturen in 1.500 Metern Höhe, wie gesagt, bis minus 15 Grad. Und hier würden dann die Niederschläge langsam wieder zunehmen. Das Ganze schauen wir uns im Osten an. Für Weißwasser hier auch der erste Kaltlufteinbruch. Dann geht es auch hier wieder bergauf mit den Temperaturen in 1.500 Metern Höhe. Die Temperaturen in 2 Metern Höhe werden dann trotzdem noch relativ kalt. Und dann hier der Hauptlauf des GFS-Models. Der büxt doch ganz, ganz weit nach unten aus. Tafelso bis zu minus 20 Grad. Es sind durchaus möglich in 1.500 Metern Höhe. Sehr, sehr viele Läufe würden hier ausbüchsen. Und dazu haben wir hier dann noch relativ viel Niederschlag ab dem 16. und 17. Januar. Das war es mit dieser kurzen Wetterversage. Vielleicht melde ich mich später nochmal wieder. Sonst sehen wir uns morgen wieder zur morgendlichen Wetterversage. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss und ciao.